Hallo und herzlich Willkommen zu The Forest Hallöchen Ok, fangen wir an Wir wollen stehen nebenbei diesem Haus Nomnomnomnomnomnom Ich glaube wir brauchen noch direkt Baumstämme Also eigentlich kann ich direkt Holzhacken gehen Was haben wir hier eigentlich für ein Gestript? Das ist ja furchtbar Kannst du nicht mal dieses ganze Unkraut wegräumen? Ist ja schlimm Sieht so unordentlich aus, ne? Mein Rucksack ist wieder voll War das letztes Mal auch noch so voll? Ich weiß es nicht Was ist das weiter aus? Komm, spielt man ein halbes Jahr nicht, man dann Na ja, so lang ist das jetzt auch nicht hier Nein, Spaß Obwohl der Baum ist so klein Da kommt der Stecker raus Cool Wo ist das eigentlich Ah, wir haben doch Fallen gemacht Was? Ach ja, stimmt Stimmt, da war was Also grün sind die Fallen Gut, die war schon mal nicht Bringt der jetzt Baumstämme? Oder bringt der jetzt Ich bin mir grad nicht sicher Ich hab so das Gefühl Dass der nur Sticks bringt Das Reh habe ich einmal getroffen Geh kaputt Bleib da, nein, Alter Da kommt der Baumstämme Nein, der bringt Sticks Was für ne Scheiße Haha Ich hab ein Reh erschossen Das war jetzt gruselig Du hast Haha gemacht Und da habe ich voll das Echo gehört Weil ich glaube ich hab dich wieder ingame gehört Das ist Oh, okay Voll krank gerade Aber ein Reh ist gut, Alter Aber dieses Fleisch Das ist lebenswichtig Jo Ja, ich seh grad Unsere Nahrungsvorräte Das sind Schon sehr klein Ja, die haben wir glaube ich Lass uns gut aufgebraucht 4 Sticks erstmal Das sollte erstmal reichen Aber wir haben auch extrem viele Beeren Ja, das ist mega Ich glaube ich habe mir schon überlegt Einen dritten Garten zu machen Ja Weil diese Beeren sind Ich glaube bei Hardcore Muss es so auf diese Beeren gehen Das muss ich glaube ich Eigentlich hier Vegetar Weil Das ist echt hart Ohne Witz Die zwei Äh Beete Bringen es eigentlich schon Die sind richtig gut Ja Dann werden wir Vorgesorgt erstmal Gut Die zwei Beete Wir haben auch oft Fleisch da Bis jetzt Weil wir mal eine schöne Rehe Ja, wenn du echt gar nichts mehr da hast Ne, dann Ich muss kurz Aussage regenerieren Und Leute Wir haben Shortcuts gegoogelt Ja, Mann Wir schlau schlau Endlich mal haben wir dran gedacht Ähm Oh, Alter, ist halt grad voll geruckelt Und Voll geil Wir haben jetzt alles so platziert Wie wir es wollen Ich trink nicht mehr aus Fast den Soda Sondern wenn ich zwei drück Ja, Mann Geiler Scheiß Ja, ich hab das so oft gebraucht Ja, aber ich hab das so oft gebraucht Ja Mir ist da einfach ein Soda getrinkt Ja Äh, getrinkt Getrunken Bade Oder wenn man einfach kämpfen wollte Und man hat irgendwas in der Hand gehabt Ja, Vorfahrt Dann erstens In den Tore gehen Um, äh, Waffe auszurüsten Das war einfach Vorfahren, Nerven Ist das schon voll oder kann ich nur was draufhauen Jawoll Ich glaub das haben wir immer Irgendwann mal größer glaube ich Was denn? Jetzt haben wir uns größer noch Achtung Baum fällt direkt in deine Richtung Gib mir ja schon da Jaa Lebe Oh, ich sollte vielleicht Durchschnitt durchschnitteln Und ich glaub die haben das glaube ich mal gefixt damit Das nicht so rumfliegt Weil ich weiß noch wenn manchmal die Bäume ungekümmt sind Da sind die Baumstämme so hin geflogen Ja, das stimmt Du hast ja hoffentlich den Timer gesetzt Ja, natürlich Ja, perfekt Oh, Nase Kommt wohl in dir Nein, ich hab grad Baumstämme Auf der Schulter Ich trage grad eine schwere Last mit mir Erstmal zwei drücken Genau, dafür war auch das Shortcut so geil Weil wenn du mal ein Hasen bist Ja Zwei drücken Wo ist der hinten? Da hinten ist er Treff ich den jetzt? Ich glaub nicht Ich hab das Bogenschießen langsam raus Also ich hab... Ja, ich hab... Ich hab ihn getroffen Nice Der Hasen müsste nach dem ersten Pfeil tot sein oder was? Ja, der war instant weg Ich hab Hasenfell Und ein Fleisch Ich hängs gleich auf Fleisch kannst du gleich... Ja, genau Hammer Alter, ist beim Reh so viel Fleisch rausgekommen oder was? Vier Sticks, ne? Ah, egal Vier Sticks Steaks Steaks Ich muss mal kurz gucken, Inventory Wie viel... Ich hab jetzt ein Hasenfell Und ein Rehfell Weil ich brauch doch für... Weil ich wollt mir mal so'n Stickbag oder sowas Weil ich hab den immer noch nicht glaub ich Oh, ja gut Was hab ich denn da gebraucht? Ich weiß es gar nicht Oh, Ausdauer, komm Zack 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 Ähm Seit wann kann man eigentlich einen Steg bauen? Das ging glaube ich schon immer Okay Was willst du sagen? Wir haben schon... Bissel... Äh... Durcheinander Mit... Stick... Steak... Und... Steg Ich bin so doof Der Typ... Den Fallen Sachen nicht Ey, wo war denn das drin mit dem Rucksack und so? War das bei Lagerung? Hm? Ne, da gibt's doch keine Blueprints Das musst du ja... So durch... Bissel rumprobieren Selber rausfinden Scheiße Das ist sowas, was ich jetzt... Nicht unbedingt brauche, muss ich sagen Ach ja, stimmt Das ist so klare Blueprints zu haben Was bedeutet Beutel? Beutel Was ist ein Beutel? Wenn es einfach nur steht nur Beutel Ja, ein Beutel, Alter Kennst du keinen Beutel? Ein Beutel für Bären, ein Beutel für Sticks Hasenfeldstiefel Kleiner Steinbeutel Köcher Okay Hä? Und was war jetzt Ding? Ich weiß das nicht mehr, ey, das ist so lang her Ich weiß nicht mehr wie ein Stick weggeht, ne? Ja, das war doch irgendwie mit Seilen und... Stockbeutel Okay, Moment Also, Seil Stockbeutel Das ist Hasenfeld, drei Stoff und zwei Seile Stoff, 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 wo ist Stoff? Ich brauch den guten Stoff, Digga Wie, ich hab keinen Stoff? Das Haus ist fertig Hä, was ist das jetzt? Will ich das wissen? Was ist, was ist einmal Hasenfeld und ein Seil? Ich will das nicht kombinieren Das siehst du doch normalerweise Ne, das wird mir nicht angezeigt Du musst aufs Zahnrad gehen Ja, und das dreht sich dann Geil, ne? Ne, das Zahnrad darf nur nicht voll sein dann Ja, ja, das seh ich auch Aber was ist jetzt? Ein Haar... Ach, kleiner Steinbeutel Ach, da hab ich's Ja, genau Hast du... Drei Stoff für mich? Ist noch oben im Arm Hast du... Hast... Hast du Stoff für mich? Ich brauch... Ich brauch nen Dealer Alter, sag ich's ja nicht, dass du ganz... Keinen Stoff hast, oder? Ich hab... Ich hab irgendwie keinen Stoff, ne? Ach so, weil du für deine Rüstung hast Das kann sein, ja Tja Darum hab ich meine Lissatz-Rüstung hier Ja, gut, ich hab aber nicht so viel Lissatz gehabt Dann hol ich, organisiere ich mir halt Stoff Hast du Stoff? Ich hab Stoff, ja Dann hau mal her Gib mir das mal über dem Ding da Ja, ich such's einfach Ähm, ähm, wo ist es? Da ist es So Nein, das ist so Na? Hier Geil Danke dir Dankeschön Eins, zwei Eins, zwei, drei Wie viel Pfeiler hab ich? Ah, genug Pfeiler hab ich noch Genug Perfekt Endlich Darauf hab ich lange gewartet Das war... Das war... Ich glaub in den letzten 20 Folgen Gefühlt Ich weiß, das ist jetzt glaub ich die Weiß ich nicht welche Folge Ich glaub die Weiß ich nicht Keine Ahnung Aber ich glaub So viele Folgen jetzt schon Nach Hasen gejagt Damit dieses eine Hasenfell kriegt Naja Ich hab's nicht geschafft Die Übersetzung ist manchmal noch ganz lustig Aufheizender Pfeil Ja gut, ich glaub der Wind ist aber auch nicht mehr dran schrauben Ich glaub das ist ihm so egal Nee Alter, der Wärmeanzug der braucht richtig viel Ja das ist übel Ja das ist übel Was braucht denn... Hä das ist Hasen? Sechsmal Reh glaub ich Reh? Ja sechsmal... Hä was ist das? Ist das... Was ist das? Ich seh das nicht... Fisch? Hä? Hier kann's... Hier kann ein Hase... Reh... Lizard vielleicht... Doch was ist das für? Hm Ja Ich hab... No... Fucking... Genau... Köch... Köche hab ich ja... Kommst du mal mit dem... Äh... Holzschlitten her? Baum? Ja ja Ich hab hier mal ein paar Können wir da ins Lager schmeißen Es gibt doch bestimmt einen Köch... Hab ich einen Köcher schon? Speertasche... Steinbeutel... Söhne... Brände... Hm Söhne... Vielleicht gibt's doch keinen Köch... Kommst du jetzt oder? Ja ja... Bist du denn überhaupt... Ach der... Hier? Ah hier... Neah! Haha Ah die glaubte doch voll hinterher... Ich... 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 Erstmal kurz was... Ich glaub die Bären... Sollten wir... Bissl... Wachsen lassen... Ja ja... Lass die wachsen... Alles gut... Ja da ist nicht mehr so viel... Da ist ich lieber ein Fleisch... Ich bin aber gleich weg... Guck jetzt mach ich... Achtung... Geil... Ich hab die 3 gedrückt... Und war gleich wieder vollgeladen... Mit Energie... Oh... Hammer... Energy... Energy... Das ist der... H-A-Doppel-M... Hammer... Yeah... H-A-Doppel-M-M-R... Hammer... Yeah... Außer die und mir... Gibt es keine mehr... Sollten wir vielleicht ein... Musicals schon laufen... Oh... Geil... Aber... Komm schon jetzt... Mehr rede ich mal wieder... Ja... Oder du kriegst einfach 3... Nein... Ich... Ich möchte nicht... Oh... Ich glaube das Ding ist voll... Und gleich wieder da... Ich geh mal ausleeren... Du siehst ja gar nicht wo du hinfährst... Ja... Warum hab ich dich vor nicht gewohnt? Das Ding ist... Ich seh nicht... Ist der jetzt im Baum schon? Nee... Du weißt schon, dass du die Kamera auch... Drehen kommst du irgendwie... Ja... Aber ich kann... Wenn's bergrunter geht... Und das Ding ist da... Huch... Das war kurz weg... So... Gut... Jetzt haben wir ja eigentlich... Unser Holzchen fertig gebaut... Ist... Blöde Frage... Was wollt ihr da gleich wieder ran tun? Ey... Äh... Ihr müsst wissen... Unsere letzte Aufnahme ist... Lass uns wieder bissel her... Äh... 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 Mh... Also danke, dass ihr zugeschaut habt... Ne, warte... Hier war ja... Lebensmittel... Also was ich noch wusste... Dass man so Fackeln so bauen wollte... Sollte das nicht nur ein Steinlager werden? Wollten wir ein Steinlager machen? Hm... Also was ja cool wär... Wenn man so... So Wege noch bauen... Ich glaub... Wir haben Besuch, glaub ich... Oh... Ich hab überhaupt keinen Besuch erwartet... Oh... Oh... Gott, das sind ganz schön viele... Die glühende Hände? Pfeile los... Oh... 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 Alter... Ey... Das sind grad echt viele... Oh... Shit... Oh... Und jetzt wird grad dunkel... Das sieht man nicht so... Relativ schlecht... Oh... 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 Hör auf auf unser Haus drauf zu hauen... Arsch... Oh... Achtung hinter dir... Oh... Oh... Ich hab'n gleich... Ich hab'n... Oh... Ich bin erwischt... Ich muss kurz... Lol... Ein Pfeil hat gereicht... Ich seh' dir nicht mehr... Wow... Wow... Da ist noch irgendjemand... Loll... Hast du grad Flair? Alter... Alter, es ist dunkel... Sie grad... Gar nichts mehr... Dann drück L... Drück L... Dann hast du doch... Da wenigstens dein Feuerzeug... Ah... Shit... Nimm... Ah... Schick den... Komm her... Oh... Oh... Da ist noch einer... Kann ich dann trotzdem eigentlich noch... Ich glaub' er ist tot... Ich glaub' auch... War's das jetzt? Ich mach' mal schnell hinten Feuer, ne... Damit wir wenigstens etwas sehen... Äh... Boah... Das war jetzt richtig Bad Luck... Echt... Genau dann, wenn's dunkel wird... Dass die da in Unscharen kommen... Äh... Zack... Ne... Auseinander kommt... Durcheinander kommt... Jetzt speichern's schnell nochmal... So... Yes... Yes, Sir... So, jetzt schauen wir mal, wo die ganzen... Leichen liegen... Das waren so viele... Aber ich hab' eigentlich gar nicht so viel gekillt... Hast du so viel gekillt oder wie? Zwei, glaub' ich... Äh... Sind's da vielleicht doch die spawnen? Hier ist nochmal einer... Hier... Bei mir... Ne, ne... Legen... Ja... Haben wir noch wer? Wo wir's sehen oder so? Hier liegt ne Waffe... Ich glaub' den Körper hab' ich schon... Haben wir jetzt echt nur... Ist das aber auch nicht mehr... Haben wir jetzt... Wir sind jetzt echt... Haben wir jetzt echt... So, da kommen... Oh, das waren doch sau viele, oder? Vier oder fünf von uns... Ja, vier haben wir gekillt anscheinend... Kann das sein, dass die teilweise so... Pflanz kaputt gemacht haben? Oder ist eine Beat fast komplett leer ist? Das kann sein, ja... Wenn sie drüber laufen... Boah, das ist ätzig... Wär eigentlich so'n... Eindeutig brauch' ich sowas noch... Ja, Digga... Ist noch irgendwas gewusst? Schade, aber... Ich muss was bauen... So... Lass mich grad so... Ja... Bauen ist immer gut... Ja, ich... Oh ja, der Wind einer grad... Und zwar... So ein Coop... Den hatten wir, glaub' ich, sogar als Blueprint... Lagerung, war das? Das weiß ich... Genau... Es gibt Knochenpfeile... Ich wollte aber gerade... Das ist natürlich hierher, glaub' ich... Oder was fährt denn da draußen? Ist vorbei... Ah, da sind Pfeile... So... Nein, mir fehlt eins, Digga... Ich fress' den Beat... Hast du mal grad eins? Danke... Ach, nach dem hab' ich noch grad gesucht... Sehr gut... Ha, das hab' ich gesagt... Das muss ich bauen... Weil ich will mir grad... Also... Klar brauche ich grad Rüstung... Aber ich hab' eh grad keinen Stoff... Mit dem ich das verbinden kann... Deswegen... Aus dem Grund nehm' ich's... Sorry... Es tut mir sehr leid... Scheiße... Was hast du getan? Nichts... Warte noch... Willst du vielleicht rauskommen? Nein... Lieber noch nicht... Ich... Hab's gleich... Ich, ich, ich hab's gleich... Einen Moment... Ich brauch' Sticks... Scheiße... Und Steine... Wie sonst ist das eigentlich... So leicht... Assumiertrisch gebaut... Gibt's nicht... Was... Was hab ich? Das war da rechts... Wär's schon gewissen... Hä, ich hab's genau dahin gebaut... Wo es vorher war... Wir hatten das davor gebaut... Vollassumiertrisch... Es könnte echt mal wieder regnen... So cool... Ja gut... Jetzt schauen wir mal... Was kann man denn alles so bauen... Was... Was haben wir denn das rein... Also Stein... Ich glaub wir wollten echt ein Steinlager machen... Ohne Scheiß jetzt... Ich mein' das jetzt ernst... So... So... Ich ess mal ein Steak... Ne... Jo... Und ich muss was trinken... Haben wir da jetzt... Ne... Ich hätte gedacht... Du wolltest... Einen Steak bauen... Und nicht essen... Einen Steak... Ja... Oder... Es ist ein Stick... Ich komm dann zum Durchminder... Das sieht echt komisch aus... Hey Lul... Ähm... Ich trinke jetzt mal ne Soda... Wenn du nix dagegen hast... Mhm... Weil ich echt Durst habe... Obwohl... Ne... Ich hab ja eigentlich... Den Topf... Ne... Ich geh mal ins Wasser... Holmensch... Ach nö... Komm... Hau ab... Ja... Ich verdurste grad... Ne... Ich kann nicht warten... Ich muss jetzt Soda trinken... Ups... Dieses Lagerfeuer ist mit einem... Hit kaputt... Ah... Ja... Das ist mir eben auch passiert... Ich wollte eigentlich grad... Einen Vogel killen... Und dann... Habe ich leider... Das Lagerfeuer erwischt... So... Ich... Baus genau... Hier... So... Oh... Ist viel mit Stein... Halt... Halt... Okay... Ich brauch doch noch zwei Stein... Oh... Hi... Hi Max... Was geht? Lol... Du redest grad... In der... Ich weiß deswegen hab ich's gesagt... Hi Max... Ah... Ok... Hast mich grad leicht verstört... Warum hab ich dich verstört? Ich muss sagen... Die... Klangqualität ist ziemlich miserabel... Im Game... Ja... Aber vielleicht auch realistisch... Mit so'n Scheiß... Baby Walkie Talkie... Na gut... So süß... Öh... Scheiße man... Das hat früher so schön geklappt... Was? Ja... Das mit dem Topf... Topf schlagen? Ne... Das ich hier... Auffüllen kann... Ich krieg das nicht mehr hin... Ja... Und du hast dich damals noch verarscht... Ja... Weil das echt einfach ging damals... Und jetzt geht aber... Nirgendwo kommt das... Das kann's doch nicht sein... Ist echt schlecht für sowas... Wo ist denn deine... Topf Auffang Station... Wasser Auffang... Nennst'n Wasser Stein... Mh... Ah... Warte ich hab... Ich hab was... Ich hab was... Ich hab's schon gefunden... Ok... So... Kann der nicht schaffen... Ist das blau? Nein... Das sieht... Nicht essbar aus... Eventuell... Kann ich das hier in meinen Beutel reinhauen... Ok... Also hier beim Wasser... Äh... Auch ganz schön viele blaue Beeren... Ne... Da wachsen die ganz schön gut... Die sind immer wieder da... Ja... Da kannst du dich auch immer hoch... Jagen... Hast du eigentlich nen Beerenbeutel? Ne... Noch nicht... Hast du den auch schon? Ja... Alter... Warum bist du so weit vor mir, Alter? Das gibt's doch nicht... Ich wünschte mir eigentlich, dass man das Wasser umfüllen könnte... In irgendeine Flasche, die man findet... Kann man doch... Man kann... Wasser schlau machen... Ah ja, stimmt... Der wär geil, der Beutel, ne... Stimmt, die ist eine Beutel, ne... Hab ich... Schon... Ohne Scheiß jetzt... Ja... Schon seit Ewigkeiten... Lol... Wieso ich nicht? Weil ich in der Zwischenzeit glaube ich zwei, drei Hasen gefangen hab... Achja gut, das ist ich nicht... Ja, das stimmt... Ich hab keinen Speer... Also irgendwie irgendwo... Das Ding... Haben wir eigentlich irgendwo so ein Stoff... Äh... Ding zum Aufhängen? Wo man das Fell dranhängen kann? Haben wir sowas schon? Ne... Hab ich vorhin auch angeschaut, aber ich... Wollten wir das vielleicht noch raus? Aktuell... Aktuell brauchen wir das eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Aktuell... Brauchen wir ja selber so viel Rüstung eigentlich... Oh... Das stimmt... Wäre gut, wir können's schon mal bauen, aber... Aktiv brauchen tun wir's nicht... Eigentlich haben wir die Folge nichts gemacht... Und ab und befolge... Die Folge ist so langsam vorbei... 24 Minuten Hammer... Ähm... Vielleicht einen Abschluss finden... Ja, ich hab einen Hafen... Check that... So... Jetzt machen wir schon den Bärenbeutel... Bärenbeutel... So... Ich brauch echt Stoff ohne Scheiß jetzt... Haben wir eine Stelle gehabt, wo wir immer Stoff hatten? Jaja... Echt wo? Das war dieses Campinglager... Das war auch in der Nähe von dem See... Nee... Das Campinglager waren nur Pfeile... Dauerhaft Pfeile... Hier bin ich ja grad bei dem Campinglager... War da nicht auch Stoff? Nee... Das ist ja mein Problem... Doch... Irgendwo haben wir doch bisschen Stoff... Herbekommen... War das nicht beim Absturzort? Das war doch auch nicht weit weg, oder? Stimmt... Das war auch... Oh... Das ist wirklich Zufall... Wo war denn der? Wo war das Campinglager? Nee... Äh... Absturz... Absturzort... Ah... Da ist es... Camping... Camping... Nicht mit diesem... Bärenbeutel eigentlich... Nein... Gut... Mit dem Bärenbeutel kann man also... Keine Pilze... So gut... Ach hier... Ich hab'n Absturzort gefunden... Sollten wir uns vielleicht auch markieren... Jo... Und da gibt's Stoff... Ich schau grad nach... Wenn's Stoff gibt... Dann darfst du gerne mal kennen... Ich kann meine Kleidung ändern... Lull... Jo... Weil er sagt... Mir ist ja nicht, dass dir das jetzt erst... Auffällt... Oh... Ey, das sind so... Sau wenige Koffer irgendwie... Die sind... Alle leer... Das gefällt mir gar nicht... Bleib da... Du Reh... Ich glaube ich werd grad angegriffen... Oh... Wo ist das Reh'n? Weggetaucht oder was? Wirst du hin? Oh... Stoff... Jo... Ey... Ist das grad despawned? Ja... Das despawned immer mal... Oh... Alter... Leute... Hier ist ein Reh grad aufgetaucht... Sorry... Ich hab mich grad voll erschrocken... Haha... Weg am Reh... Nee... Weil... Ich hab grad einen Koffer gemacht... Ne... Schau nach unten... Und... Äh... Äh... Guck dann hoch... Ja... Und dann plötzlich ist so ein Eingeborener... Direkt vor meiner Nase... Oh... Der Stoff war eigentlich ganz viel an... An so... An so... Totems von den Gegnern, ne... Von den Eingeborenen... Stimmt... Die waren ab und zu bei uns in der Nähe... Von unserem Lager... Aber wie jetzt würdest du sagst... Ich hab lange keine Totems mehr gefunden... Ach... Hier ist ein Höhleneingang... Oh... geil... Oh Gott... Äh... Ähm... Markieren... Nee... Kann ich grad nicht... Ich hab schwere Last bei mir... Bau einfach das Ding dahin... Und fertig... Nö... Ich weiß ungefähr was es ist... Ja... Das findest du auch niemals wieder... Ah... Oh... Doch ich glaub schon... Weil das an unseren... Äh... An unseren Riesenfluss ist... Also äh... See... Ungefähr... Musst nur am Rand langlaufen... Stirb... Wie viele Fälle... Verträgst du... Du... Sack... Ah... Für mich noch so billig... Ja... Schließ mal drüber mal kurz weg... Hast du grad Besuch oder wie? Ja... Aha... Er ist tot... Glaube ich... Ja... Ich hab auch schon... Äh... Oh... Mein Feuer verbrennt... Dein Feuer verbrennt? Äh... Mein Wasser verbrennt... So... Dein Wasser verbrennt... Ist das sehr interessant... Ja... Findest... Findest du auch oder? Wasser kann brennen... Oh... Oh... Das sind viele... Oh... Das sind viele... Komm nach Hause... Ich bin grad... Oh... 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 Alter... Zum Glück... Könnt ihr mich da nicht verfolgen... Huh... Ne... Ich kenn's einfach mal... Tak... 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 In your face... In your... No... Hä... Was ist das denn... Hier gibt's Headshots? Headshots... Wieso... Ja... Ich hab den grad... Loh... Der ist ausgewichen... Das... Das... Der reicht aus... Ich hab grad... Der ist zweimal ausgewichen... Mit meinem... Boah... So... Ich hab grad den einen... Mit dem Pfeil... Kopfschuss gemacht... Der war instant tot... Lull... Versuch immer beim ersten Schuss... Den Kopf zu treffen... Dann ist der sofort tot... Und du musst langsam nach Hause kommen... Aber wir sind schon 30 Minuten... Ich sag's das so einfach... Ich hab hier grad... Ja gut... Warte... Ich verpiss mich mal durchs Wasser... Ich komm mal zu dir... Ich schau mal ob ich dich unterstützen kann... Kann ja zum Glück nicht schwimmen... Glaub ich... Ja... Doch... Ne... Die kann nicht... Ne... Die kann nicht schwimmen... Du... So... Also ich bin jetzt... Bald im Lager... Ich beobachte dich... Oh... Jetzt hab ich mich mit Schlamm eingeschmiert... Ist doch gut... So... Ja... Ich brauch mal was zu essen... Und zu trinken... Und was weiß ich... Ich hab ein paar Knochen georganisiert... Ich hab zwei Leute verbrennt... Verbrannt... Alter... Ohne Witz... Ich weiß nicht was heute irgendwie los ist... Ich möchte... Pfeile tauschen... Wie ging das denn... Ach... Jetzt muss ich mal runderschauen... Okay... Gut... Also... Meinetwegen können wir die Folge... Ja... Ich hau hier noch die Knochen rein... So... Gut... Ja... Ich würd sagen... Danke fürs Zuschauen... Und... Jo... Vielen Dank... Bis zur nächsten Folge... Tschüssi... Ciao...